Das Hotel Telya Beach Resort liegt in Said Kumkü, in türkische Riviera. Das Hotel Telya Beach Resort ist sehr beliebt unter den Gästen, 97% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 3106 Gäste, die das Hotel bewertet haben, vergeben durchschnittlich 5,7 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Sehr gut bewertet wird der allgemeine Zustand des Hotels, sowie die Sauberkeit der einzelnen Bereiche. Hierfür erhält das Hotel eine herausragende Bewertung von 5,8 Sonnen von 6 Sonnen. Service. Für den hervorragenden Service dieses Hotels bedanken sich die Gäste mit 5,8 von 6 Sonnen. Gastronomie. Die ausgezeichnete Küche wird von den Gästen sehr gelobt und erhält für die kulinarischen Künste die hervorragende Bewertung 5,8 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Das Hotel hat laut den Gästen die beste Lage. Sie vergeben für den ausgezeichneten Standort und den damit verbundenen Erholungsfaktor 5,7 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die Sport und Unterhaltungsprogramme sind in diesem Hotel fantastisch, was sich an der besonders guten Bewertung von 5,7 von 6 Sonnen zeigt. Zimmer. Mit 5,6 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.